Natürlich gibt es auch die politische Perspektive, die wir hier in Deutschland abholen können. Der Deutsche Bundestag hat in dieser Woche ein starkes Zeichen gesetzt mit einer gemeinsamen Erklärung. Und mit einem Mitglied des Deutschen Bundestages kann ich jetzt sprechen in Berlin. Im ARD-Hauptstadtstudio steht für uns der Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter, Mitglied der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und Oberst AD. Ich grüße Sie in die Hauptstadt, Herr Kiesewetter. Ich grüße Sie, Frau Arland. Guten Tag. Lassen Sie uns bei der Lage in Israel beginnen. Wie schätzen Sie mit Ihrem ganz besonderen militärischen Hintergrund die aktuelle Lage und vor allen Dingen auch das Hin und Her um diese Vorbereitung einer Gegenoffensive ein? Nun, Israel ist angegriffen worden, wie in ihrer Geschichte nur sehr selten vor 50 Jahren. Yom Kippur-Krieg, Sechstagekrieg 67, das ist eine Ausnahmesituation für das Land. Und zugleich durch die internationale Medienpräsenz, durch den Druck, den gewisse Regionen auch ausüben, ist Israel aufgerufen, natürlich mit aller Härte die Hamas zu zerschlagen. Und das müssen Sie bedachtsam machen, weil natürlich es auch um die Frage der Bilder geht. Und hierbei bereitet sich Israel einerseits vor, den Gazastreifen nicht nur abzuriegeln, sondern dort auch sehr konsequent die Hamas zu zerschlagen. Aber es droht auf der anderen Seite ein Mehrfrontenkrieg, weil natürlich dieser furchtbare Angriff eine, sagen wir mal, sehr sorgfältig geplante Operation ist, die natürlich auch Russland in die Hände arbeitet, weil die Aufmerksamkeit von der Ukraine abgezogen wird. Und auch dem Iran, der im Hintergrund die Strippen gezogen hat und Hamas zusammen mit Hisbollah im Libanon unterstützt hat beim Aufbau eines Büros. Also hier müssen wir auch auf die großen Linien achten. Und Israel wird mit aller Härte vorgehen müssen. Aber das muss vorbereitet sein, auch um noch schrecklichere Bilder zu vermeiden, die ja schon die Hamas provoziert haben. Ja, Sie haben, Herr Kiesewetter, die Lage der Zivilisten jetzt durchaus schon mit inkludiert in das, was Sie beschrieben haben und die Frage und die Macht der Bilder ebenso. Mit diesem speziellen Hintergrund, den Sie haben, diesem militärischen Hintergrund, Zivilisten und Kampfhandlung, das ist eine komplizierte Gemengelage. Ist dieses Dilemma, vor dem man da steht, überhaupt irgendwie auflösbar? Völkerrechtlich ist Israel völlig befugt, hier gegen die Hamas vorzugehen. Deswegen ja auch der Aufruf an die Zivilbevölkerung Gazas, sich in den Süden zu begeben. Und der Zeitraum, der jetzt noch gewonnen wird in der Vorbereitung. Auf der anderen Seite muss Israel natürlich schauen, dass sie sich so vorbereiten, dass die eigenen Opfer möglichst gering sind. Jedenfalls hat Israel die innenpolitische Spaltung überwunden, die Netanjahu verursacht hat. Jetzt geht es aber darum, dass wir an der Seite Israel stehen und alles tun, dass Israel in der Lage ist, die Hamas restlos zu beseitigen. Wir müssen so klar sprechen. Hier gibt es nur Schwarz oder Weiß. Denn wenn die Hamas einen Erfolg davon trägt, dann wird der Terror der Hamas weiter fortgesetzt werden. Und parallel wirken natürlich die Verhandlungen mit Ägypten im Hintergrund, mit Saudi-Arabien, wo Israel intensiv auch mit internationaler Unterstützung beteiligt ist. Aber hier gilt beides, Diplomatie und Härte. Und die Härte muss Israel zeigen, weil sonst Hamas sich bestärkt fühlt. Auch andere Terrororganisationen sich bestärkt fühlen. Bevor wir vielleicht gleich noch mal auf die ganz große Linie kommen. Gisewetter, das Menschliche ist ein wichtiger Faktor, auch in Gesprächen, wie wir es jetzt führen. Stichwort deutsche Staatsbürger. Die Rückholaktion, die Rückkehraktion von manchen durchaus als ein Fiasko deklariert. Ich nehme den Begriff Afghanistan jetzt bewusst nicht in den Mund. Aber für manche, die vor Ort stundenlang in einer Hotline waren, hatte der Begriff Auswärtiges Amt tatsächlich noch mal mit Betonung auf der zweiten Wortsilbe noch einen ganz anderen Begriff. Wovon hängt es eigentlich ab, das was wir heute Nacht erlebt haben, dass sich dann die Luftwaffe, die Bundeswehr in diesen Prozess mit einschalten darf? Nun, das ist durch die sehr schwierige Haltung der Lufthansa in manchen Bereichen und der mangelnde Druck des Auswärtigen Amtes sicherlich erklärbar. Allerdings fehlt uns hier eine strategische Kultur, generell uns darauf einzustellen, wenn solche Krisenlagen sind, sofort Eventualplanungen zu ziehen und sofort zu prüfen, wo die Streitkräfte verfügbar sind, wo vielleicht eingemottete A380 bereitgehalten werden könnten, also tatsächlich mit Geld und Aufwand abrufbar sind, wo bestimmte andere von Europa finanzierte Lufttransportfähigkeiten vorgehalten werden. Uns fehlt schlichtweg die strategische Kultur, die Haltung, sofort zu reagieren. Wir sehen es auch daran, als wir im Auswärtigen Ausschuss über Evakuierungsflüge nachfragten, wurde uns gesagt, es handelt sich nicht um Evakuierung, sondern um erweiterte kommerzielle Flüge. Wir dürfen hier keine Schere im Kopf haben, wir dürfen nicht schönreden. Das muss sauber nachgearbeitet werden. Wir vom Parlament, auch wir von der Union sind bereit, das voll und ganz zu unterstützen. Es geht um die Wehrhaftigkeit unseres Landes und dass unsere Bürgerinnen und Bürger Vertrauen in unser Land haben. Und ich selber habe es sehr intensiv mitbekommen mit Schulklassen aus Baden-Württemberg, die sich hängen gelassen gefühlt haben. Die Diplomatie hat sich zwar gekümmert, aber zu wenig, zu spät. Wir brauchen hier eine andere Kultur und einen besseren Umgang mit solchen Fragen. Herr Kiesewetter, in den letzten Tagen ist der Begriff der Staatsräson ganz häufig bemüht worden, auch im Deutschen Bundestag mit dieser einmütigen gemeinsamen Erklärung. Die Frage, die sich manche im Nachgang stellen, bleibt das hier bei guten Worten oder wo endet das ganz konkret? Ich bin Ihnen sehr dankbar für diesen Punkt, denn als Kanzlerin Merkel, die es im März 2008 vor der Knesset sagte, fügte sie hinzu, in einer Stunde der Bewährung dürfen es keine leeren Worte sein. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht nur leere Worte liefern, sondern Israel auch bei uns innenpolitisch unterstützen, jüdische Einrichtungen schützen und allen Organisationen, die hier versuchen zu relativieren, die ganzen Menschen, die jetzt sagen, ja aber, müssen besser aufgeklärt werden. Ich spreche hier auch unser Bildungssystem an. Ich spreche hier auch Schwerpunktschulen in Neukölln und in anderen Teilen Deutschlands an. Es ist nicht hinnehmbar, dass wir im Rahmen der Toleranz, der Intoleranz gegenüber Israel Freiräume geben. Das zerstört die Toleranz und stört vor allen Dingen die Wehrhaftigkeit unseres Landes. Wir müssen hier sehr klar sagen, Staatsräson heißt, das Existenzrecht Israels ist in Gefahr. Im Übrigen ist auch das Existenzrecht der Ukraine in Gefahr. Wir brauchen eine andere Kultur im Umgang mit Partnern, die engstens mit uns verbunden sind. Und bei Israel haben wir die besondere historische Verantwortung, dazu gehört auch das Angebot, dass die Luftwaffe Show of Force zeigt, dass wir aus Unifil vielleicht das ein oder andere Schiff herauslösen und mit Israel gemeinsam patrouillieren lassen. Es geht darum, mehr als nur Lippenbekenntnisse zu machen, sondern ganz praktisch mit dem, was verfügbar ist, zu zeigen, dass wir unverbrüchlich an der Seite Israels stehen. Nur dann haben wir auch politischen Einfluss in der Region. Vielen Dank für Ihre Position, für Ihre Einordnung über Akzente künftig in der deutschen Außenpolitik. werden wir ein nächstes Mal noch ein bisschen genauer reden. Stichwort Richtung Iran und Katar. Ganz herzlichen Dank für die Erkenntnisse heute Mittag. Roderich Kiesewetter... Da liegen die eigentlichen Verursacher. Ja. Roderich Kiesewetter war das hier bei Phoenix. CDU-Bundestagsabgeordneter, Oberst AD und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Ich danke Ihnen und Grüße nach Berlin. Merci. Herzlichen Dank. Vielen Dank.